Hallo Fußballfreunde da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fußballtalk, nicht Bundesligatalk, wobei es geht hauptsächlich heute natürlich wieder mal um die Bundesliga, 33. Spieltag, es geht auch ein bisschen um den DFB-Pokal, es geht um das sich rotierende Trainerkarussell, vor allem bei den Bundesligateams, bei den Erstbundesligateams und bald auch vielleicht einige Zweitbundesligateams, dann geht es um Teams, die eigentlich Erstbundesligateams sein wollen, aber halt überhaupt nicht hinbekommen und jetzt noch ein Jahr Ehrenrunde auf dem Zweitliga-Karussell drin. Oh, ich habe heute Jahrmarktflair in mir. Viele Karussells. Du wolltest vorhin mit Jepp auch ein bisschen verhandeln, wie so ein türkischer Bazar. Ich habe mit Jepp schon verhandelt, das waren Verhandlungen, gefühls Achterbahn, möchte ich mal sagen. Wir wurden uns immer einig, also keiner musste schreckhaft zurückziehen wie in einer Geisterbahn und ich würde sagen, kommen Sie, sehen Sie, schauen Sie. Jedes Los nur einen Euro. Ich habe gerade schon gesagt, Konferenz komplett gesehen, die beiden Sonntagsspiele komplett gesehen. Ich bin vorbereitet, aber ich kann mich an kein Spiel mehr erinnern, außer an das Dortmund-Spiel. Das kommt aber wieder. Ansonsten haben wir ja noch den Fabi. Nicht wahr, Fabi? So sieht es aus. Ich bin immer für gute Analysen da. Ja. Na, selbst verfreilich. Also Fabi, Jepp, Puffy und moi. Bolti hat keine Zeit, Tono hat keinen Bock und Dennis... Das Taxifahren. Man weiß es nicht. Habe ich noch jemanden vergessen? Nein, das wären alle gewesen, ne? Ja. Vielleicht ist er auch demonstrieren gerade. Ist da, ist da wieder, äh, irgendwie, ne, ne, äh... Bist du nicht in jeder Großstadt gerade, gerade Nemus? Achso, ich dachte, der ist vielleicht nach Duisburg gefahren. Da ist momentan einiges los, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß es nicht. Boah, wir unterstellen doch nicht sowas. Unglaublich. In welche Kategorie steckst du ihn? In die Querdenker oder eher in die Naust-Gruppe? Das ist die Überlastung der Fantasie unserer Zuhörer. Gladbach-Stuttgart! Ja! Keine Ahnung, Gladbach ging in Führung und plötzlich war Gladbach nie mehr in Führung. Das war schade. Ja, aber im Einzelnen hat aber die Abwehr von Stuttgart auch echt gepennt. Also, dass er da zur Flanke gekommen ist, das war schon echt dämlich. Da war es ja ein Gefühl an drei Verteidigern vorbeigetanzt und durfte dann immer noch frei in die Mitte flanken und dann ist halt kein großes Problem mehr für Herrn Stündl einzuköpfen. Also, das war dann sogar der Schuss, aber die Flanke, die war halt viel zu einfach. Der erste Gritsch vorbei, der andere fliegt auf die Fresse, das darf nicht passieren. Das erste Tor war zu leicht. Ja, dann machen wir die anderen Tore auch und dann zum Spiel allgemein. Messerscharfe Analyse hier, Fabi. Ja, das 1-1 war dann ja ein Fernschuss von Endowas, glaube ich. Ja, der hat einfach mal draufgezogen, hat dann das Glück, dass er reingegangen ist und das 2-1 macht dann. Mist, ich bin immer für ein Tor gut Kaleitschisch, also 2-Meter-Mann, mit einem schönen Schuss am Ende dann, na, verdient schwer, dann hat er halt immer mehr Druck gemacht und dann hat man halt wieder das Problem, was wir öfters hatten, dass Gladbach am Ende wieder ein bisschen eingebrochen ist, ein bisschen so den Faden verloren haben und das hat einfach Stuttgart eiskalt ausgenutzt. Also bis zum 1-1 war das eigentlich schon die bessere Mannschaft. Möchte jemand was ergänzen? Ich, also den Spielverlauf hat Fabi, denke ich, gut dargelegt. Mö? Ich habe eine Frage zu Stindel. Ja. Ein Mann für die Euro? Klar, wird doch gerade sowieso alles... Ich frage jetzt mal an euch, an die anderen drei. Mir ist das egal, ehrlich gesagt. Gut, jetzt ist die Nationale davon und die Euro egal. Der erweiterten Kader bestimmt, ob es am Ende reicht, man weiß es nicht. Achso, es gibt ja dann noch Streichmöglichkeiten, ne? Genau. Ja, wir dürfen ja drei Stück mehr mitnehmen. Aber für der Weite, Kader im Sturm sind wir jetzt ja nicht so krass besetzt. Das ist doch sicherlich eine Option. Ja, aber Stindel als Stürmer? Ja, von... Ich meine... Das bräuchten wir ja nicht. Welche Stürmer hast du sonst so im Angebot? Eben. Ja, aber als einziges Spitze oder als richtige Spitze weiß ich nicht. Das ist eher so, der wird sich mit Müller oder sowas um die Position kloppen. Ja, aber gut, dann hast du mit Stindel eine Option für schon mal zwei Positionen. Also ganz ehrlich, als Stürmer würde ich sogar Volland mitnehmen. Wie macht der sich? In Frankreich? In Frankreich, ja, der hat sich gut gemacht. Er hat sich gut gemacht, dass er irgendwie zweiter oder dritter in der Torschützenliste ist. Oh, schon. Also der hat zweistellig da getroffen. Okay. Aber sowas... Also so schlecht hat er sich nicht gemacht, aber Herr Löw mag ja ihn nicht. Von daher eher unwahrscheinlich, als er mitgenommen wird. Der wird wieder Werner mitnehmen als Stürmer. Ja. Und dann... Und dann hört es auch schon auf, weil... Dann hört es schon auf. Eben. Eben, das war die Frage. Was hast du denn so im Angebot? Ja, Stindel ist halt für mich auch kein Stürmer an sich. Dann hast du wieder so... Nee, ist richtig, ist richtig. Aber was hast du denn so an deutsche Stürmer allgemein, wo ihr diese Runde jetzt wirklich sagen würdet, das ist ein Stürmer? Was habt ihr da so an Qualität? Wird sehr eng, ne? Ja. Sehr schnell sehr eng. Ist erschreckend, ne? Diese Generationen, wir stehen auf Halls 9. Hat alles versaut. Hat vieles versaut. Du kannst natürlich hier... Da werden wir wahrscheinlich irgendwann schon mal Musiala sein. Ich muss Sascha Möller mitnehmen, aber der kann mir jetzt noch gute Interviews führen. Aber jetzt mal... Ja, das ist dann ehrlich, ne? Es ist... Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Ja, ja. Wenn man sich das jetzt mal vor Augen hält, wir haben nichts. Ein echter, deutscher, klassischer Stürmer. Werner ist für mich jetzt auch kein Stürmer, Stürmer, Stürmer in dem Sinne. Ja, Werner ist halt jemand, der in einem bestimmten System funktioniert. Aber er ist halt kein klassischer Stürmer. Ja. Ich hab ich keine... Morgen müssen wir mehr. Ich hab ich keine auf dem Schirm. Ja, das ist übel. Kannst du Füllkuh, kannst du ja auch nicht gefahrenlos mitnehmen. Fülle. Da kannst du gleich Selke mitnehmen. Ja. Ja. Aber das sind wenigstens noch halb... Oder war gut. Ne, es ist für mich auch kein klassischer Stürmer. Ja, genau. Aber machen wir weiter. Wir werden, glaube ich, nicht wirklich was finden. Vielleicht ihr da draußen. Helfen uns doch auf Versprünge. Wo sagt ihr... Guck mal, der Bub, der hat doch von 1. auf 2. Liga. Ist da irgendwie was Spannendes? Eine Rolle. Ja, ja, komm. Wir spielen ja nicht Zweitliga eben. Dann wird das klappen vielleicht. Wobei, im Rückrunden hat das ja auch... Hat auch nicht mehr geklappt. Gar nicht mehr so dumm gewesen. Ja, aber klar, wie viele Tore hat er? 23, 24, so oder so schon? Ja, aber eine Rückrunde, wie viel? Zwei? Lieber wäre es nicht sein, ja. Also, Rückrunden hat er total verkackt und ist auch durchaus... Habe ich mir sagen, dass ein Grund... Soll ich euch sagen, der einzige Stürmer in der Bundesliga, der hat auch über einen längeren Zeitraum nachgewiesen und deutsch ist, wisst ihr, wer das ist? Jetzt kommt's. Nils Pedersen. Der Einzige. Ja. Der ist so, oder? Den würde ich mir... Oder, ja, wenn eine Kruse als Stürmer noch nehmen... Ja, das sind die einzigen, wo man sagt, okay, das sind die, wo du sagst, wenn die Stammen immer spielen oder Kruse nicht die Verletzungen wegnehmen, dann machen die halt immer über ihre 10 Tore. Alle anderen momentan in Deutschland, klassische Stürmer, seh ich nicht. Und Kruse ist auch kein klassischer Stürmer. Ist übel. Ich überlege auch schon in den nächsten Jahren, willst du auch nicht besser, ne? Na doch. Mokoku. Ihr habt doch den Heilsbringer. Ist das so Fall? Ja, klar. Nein, ist es auch nicht. Ich würde ihn die ganze Zeit schon auf den Flügel packen, habe ich ja schon während der Saison gesagt, ne? Er ist eigentlich, wenn du dieses klassische alte System spielst, mit zwei Stürmern, ja, ja, ja. Der Großteil, ein Kleines, eher der Kleine, der drumherum rennt. Ja. Der vielleicht auch mehr Tore macht, aber der andere, der so ein bisschen profitiert von dem Breiten, der so ein bisschen die Bälle ablegt. Da ist er der Mann für. Ja. Definitiv. Okay. Naja, vielleicht können sie ja einen einbürgern und machen ja den gleich. Ja, Weghorst. Ja gut, bei Sosa hat es nicht ganz so gut geklappt. Vielleicht ist der Kalajsic, vielleicht hat der irgendwie neulich Töferhund. Der hat auch schon für Österreich gespielt, oder? Hat er schon? Ja, der hat schon. Der hat schon in der Quali. Der ist leider vergeben. Shit. Da müssen wir halt weitergucken. Keine Ahnung, vielleicht rennt ja irgendwo in Litauen oder so irgendwas rum, was wir brauchen können. So, Gladbach, Stuttgart. Wer möchte ergänzend zuschlagen? Ja. Ja, Gladbach ist schlecht. Aber ist ja jetzt eh scheißegal, oder? Ja, naja. Na gut, aber jetzt scheint es ja so, als wenn sie auch wirklich noch die, wie nennt die dritte, dritte Euro-Lease? Da willst du doch gar nicht rein. Da willst du doch gar nicht rein. Ich sage euch, ich weiß nicht, ich kenne jetzt die Gelder nicht, die du gastierst, aber ich kann mir, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, dass das noch... Und da zahlst du nur drauf, ha? Ich glaube, du zahlst vielleicht nicht, du zahlst Fitness drauf, du verkackst einfach aufgrund der Mehrbelastung dann wieder in der Liga. Ich glaube, da will man nicht unbedingt... Also Union nimmt das gerne mit. Glaube ich. Also Union, Stuttgart... Ich glaube, Stuttgart auch schon gar nicht mehr. Also Union... Werden wir den WK da hinschicken und gucken, was klappt. Union, finde ich, die, die nehmen das mit, die sagen, hey, wenn wir dann noch Fans vielleicht im Stadt... Ja, ja. Läuft bei dir, Jepp. Der Jepp läuft einfach bei dir. Ähm... Ne, ich kenne es. Dass du Flair hast und sagst, hey, wir spielen ein internationaler Scheiß drauf, gegen wen? Aber... Alte Försterei wird es feiern. Du meinst also, letztendlich ist diese Liga nur... Also diese dritte Euro-Bahn nur interessant, so was wie Union, vielleicht Freiburg, so, die nehmen das mit. Denk ich mal. Ja, und selbst Hoffenheim würde sagen, äh, müssen wir nicht unbedingt. Wahrscheinlich, ja, ja, ja. Ich denke, alles andere frisst die Auflaufprämie und die Siegprämie. Ähm... Wahrscheinlich das Geld sowieso fast komplett auf, äh, und wenn du eh keine Zuschauer hast, sogar, wenn du Pech hast und hast nicht mal Heimschule die Zuschauer, ich glaube nicht, das klärt mich, also... Ich lasse mir gerne erzählen, ähm, dass das ähnlich lukrativ ist, äh, wie schon die nicht lukrative Euroleague. Mhm. Aber ich kann es mir... Wobei Euroleague würde wahrscheinlich Stuttgart, Hoffenheim, die würden dann Euroleague auch wieder mitnehmen. Ja, die... Ja, da gibt es ja immer attraktive Vereine, ne? Seien wir ehrlich, in dieser, in dieser komischen dritten Euroleague, wie auch immer die, wie heißt die, Conference League? Nee. Ja, irgendwie so. Ja. Irgendwie so, ähm, realistisch der deutsche Vertreter, der da reinkommt, wenn der wirklich... Der leidet hart. Naja, gut, aber der muss, aber normalerweise, kommst du ja wahrscheinlich erst im Viertelfinale oder so auf einen Gegner, der halbwegs bekannt ist. Ja, aber vorher hast du halt wirklich dann, äh... Ja, wo du nur verlieren kannst. Irgendwo in Erivan oder so. Irgendwo auf einem Acker, wo du dir noch die Knochen brichst oder so einen Scheiß, äh, mit mehrfach... Ich weiß nicht. Ich glaube, Union wird ja dann fährtechnisch mitnehmen, ähm, könnten dann auch sagen, wir waren der erste deutsche Verein in dieser Liga. Ja, ja, ja. Aber ansonsten sehe ich da jetzt nicht so die Vereine, die halt sagen, oh ja, dem siebten Platz, ist das der siebte dann? Oder ist das der achte sogar? Nee, der siebte. Ähm, dass die dann sagen, oh, wir müssen da jetzt unbedingt noch rein. Glaube ich nicht. Und deshalb sage ich, Gladbach, scheißegal. Stuttgart war einfach nicht die Gefahr, dass sie da vielleicht noch reinrutschen. Keine Ahnung. Aber ich finde es nicht so attraktiv. Leverkusen, äh, hofft natürlich, sie halten den Sechsten. Werden sie ja. Sie halten den Sechsten. Stimmt, ist ja... Habe ich jetzt auch gerade erst gesehen. Ja, fünf Punkte tatsächlich. Ach, die können ja eh nichts mehr machen. Für die geht es ja gar nicht mehr. Leverkusen ist komplett tot. Was auch interessant ist, ist der Abstieg, da sind drei für zwei Plätze, wenn man die Relegation mitzählt. Plus bald entsprechend der siebte Platz. Machen wir gleich. Wo auch, glaube ich, drei Mannschaften drum spielen. Vier sogar. Freiburg haben auch noch, theoretisch. Stimmt. Der siebte Platz wäre sogar... Ja, ähm, machen wir gleich. Aber ich hatte eine tolle Überleitung, die du jetzt gerade... Ach so, äh, Funfact, Leverkusen, es geht für sie nichts mehr. Ähm, und mit Abschiedsspiel der Bender-Zwillinge in Dortmund. Oh. Ja, einer kann ja eh nicht spielen. Ja, aber passt doch denn, oder, ein bisschen? Oder? Ja, ich finde es gut. Ich finde es gut. Schade, schade, als denn das Stadion nicht voll ist. Weil das hätte, glaube ich, dann noch mehr gepasst. Ja, das ist halt des Öfteren. Auch für Piszczek, schade. Äh, auch für Terzic, schade. Aber kommen wir ja gleich noch zu. Äh, Überleitung zu Leverkusen habe ich, äh, gemacht. Ihr dürft die Analyse machen. Ja, erzähl. Ja, also, ähm, das Tor von Wirtz war schon rausgespielt, da brauchte er ja nur noch seinen Schädel hinhalten. Äh, da war dann nicht mehr so viel zu machen, aber es war halt einfach, also, das war, hat man kurz mal gesehen, die Markussen hat Qualität, also mit Diaby und Co. auf die Außen. Können wir es, wenn sie wollen, aber man, in letzter Zeit hat also so ein bisschen der Willett manchmal gefehlt. Und nach dem 1-0 war es dann wieder sehr schläfrige, langweilige Fußball. Wobei ja irgendwie so ein bisschen kein Bock mehr und John Kott nicht so richtig. So fällt dann durch Pojampolo am Ende noch so ein fast schon Kacktor. Der Ball kriegt den Ball nicht weg und da zickelt ihn da irgendwie rein. Aber ein schönes Spiel war das von beiden Seiten nicht. Für Leverkusen war es wichtig, dass sie die Euroleague jetzt klar machen, auch offiziell. Und Union, ja, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Kruse hat alles gesagt. Was hat er gesagt? Vielleicht nicht. Was hat er denn gesagt? Er hat keinen Bock auf Conference League. Ach so? Er hat keine andere den Scheiß spielen. Oh. Boah, kann ich, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Also wenn ich mir, das hat er schon vor vier Wochen gesagt, aber wenn ich mir so einen Verein aus der ersten Bundesliga aussuchen müsste, dürfte, wo ich dann sage, die sollen in dieser Liga spielen, die haben dann noch was von, die... Ja, wo du auch davon ausgehst, dass der Verein Bock drauf hat. Ja, dann wäre das Union für mich. Und Geld sind Kirchen. Einfach nicht, um abzusteigen. Ja, Union oder Stuttgart würde ich es auch noch zutrauen, dass die Fans da irgendwie... Ja, aber Stuttgart finanziell nicht. Die haben Kohle. Es ist jetzt nicht so, dass sie in Geld schwimmen, aber ich glaube nicht, dass die da sagen... Ja, wobei, die haben eine junge Mannschaft. Das könnte man auch erst die internationale Reinschnuppern. Freiburg könnte ich mir auch noch. Aber das wäre für mich, das ist für mich eine Union Berlin-Liga. Nun gut. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Und ja, Leverkusen-Union, wer hat es noch gesehen? In einer Konferenz, ne? Also... Das reicht heute. Naja, also... Leverkusen nicht berauschend, aber die bessere Mannschaft, Union, für die geht es ja eigentlich auch um die goldene Ananas, so ein bisschen. Oder vielleicht können sie auch jetzt einfach nicht mehr gerade. Und am Ende, wie Fabi sagt, macht dann pro Jampal oder Tor. Und zum Ende will vielleicht Union sogar noch mehr in dem Spiel, aber dann fehlen halt auch ein bisschen die Mittel. Gerade. Also die letzten Spiele waren ja generell nicht so toll mehr von Union. Naja, war auch... Also die Grundtunen werfen sie immer noch rein. Wenn du in Union halt immer kriegst, ne? Darüber muss man sich über Mentalität und so muss man sich bei Union nicht unterhalten. Aber man merkt dann halt schon und gerade je länger die Saison jetzt gedauert hat, dass es halt schon auch spielerische Limitierungen gibt bei ihnen, ne? Jebby! Ja, ich hab die Tore so nebenbei gesehen, mehr nicht. Also gibt's nicht viel zu sagen zu. Ja, gibt's nicht viel zu sagen. Mir fällt gerade ein, als ich den Namen rief, du bist ja jetzt wieder da, klar. Und jetzt ist Eurovision Song Contest. Und da fiel mir ein, der Jeb hat auch null Punkte geholt. Du wärst ein würdiger Vertreter für Deutschland beim ESC. Meinst du, wir kriegen null Punkte wieder? War ich allein mit null Punkten, oder? Ja, leider, ja. Ich hab auch zwischenzeitlich mal einen Punkt gehabt. Wo ist denn? Ehrlich? Den hat Gotti ja wieder abgezogen. Nein, ich hab gar nichts abgezogen. Ist ja nicht mal mein Straw Paul gewesen. Du hattest einen Punkt. Tono hab ich gesehen. Also seit Mittag hatte ich irgendwie einen Punkt und Tono war auf null, wo ich geguckt hatte. Ne, Tono hat die ganze Zeit... Ey, jetzt würde ich gucken. Ne, war Tono der einfühlsame, oder wie war das? Tono ist der... Ja, ja, der charmante, warmeherzige. Ich hab einen Punkt, ja, mein Freund. Nein, du hast null. Das ist ein anderes Straw Paul. Ich hab die drei geguckt. Ich sag jetzt bei einem Tippspiel. Ach so, bei einem Tippspiel. Ja, da Tono null. Und du? Hab ich nicht geguckt. So weit unten guckt. Eher einen. Du hast einen Punkt geholt. Zeig ich doch, ich hatte einen Punkt. Ja, wir reden über das Raw. Egal. Ja, Eurovision Song Contest. Heute Halbfinale. Ich muss gucken. Erste, oder was? Erst Halbfinale, Donnerstag, derzeit. Das ist jetzt immer deine jährliche Verpflichtung, so ein bisschen. Und ein bisschen Lust hast du auch drauf, oder? Ja, manchmal, manchmal. Wobei die Halbfinale sind eh lustiger als das Finale. Meistens. Meistens auch qualitativ besser. Und ärgerlich, weil wieder Länder rausfliegen, wo du denkst, das war doch ein geiler Song. Und dann kommen Länder weiter, wo du denkst, bitte was? Aber wir wissen ja bei uns nicht. Weiter. Was haben wir? Leverkusen, komm, machen wir weiter hier. Freiburg, München. Ja, Rekord von Lewandowski. Ja. Ein Applaus hier. Ja, Applaus. Aber wir werden es, Indiana Einwort, wir machen es nicht so, wie die Krombacher Pimmelrunde. Ähm, wo wieder irgendwie alles andere in 15 Minuten abgearbeitet wurde und danach wurde fünf Stunden Lewandowski gehöltigt. Ja, per Elfmeter? Wie viel Elfmeter, wie viel Elfmeter Treff hat er diese Saison? Ein paar. Sechs, sieben oder neun, ne, so viel waren es nicht. Sechs oder sieben, glaube ich, waren es. Ach, so sieben oder acht. Aber er hat jeweils Elfmeter auch gemacht, so. Fabi, der Paffi ist 60 Euro ärmer. Wie viel ist es? Ähm, ich erinnere mich an den Elfer und denke mir, ich bin mir zwar nicht sicher, kann mir einer was zu dem Elfer erzählen, zu der Szene? Fauland Müller war das, glaube ich. Und zwar an der VAR-Einsatz. Hand. Oder, ne, es war, das stimmt, es war ein Schubsen, ne? Bei der, ich glaube, ja. Streifstuss oder so. Aber warum habe ich im Hinterkopf diese, diese Stimme, die sagt, kriegt auch nicht jeder? Irgendwas war aber geklammert. Also laut Kicker hat Kübler Müller nach einer Ecke auf den Fuß getreten. Ah, okay. Und dann hat der VAR Hallo gesagt. Ja. Es ging hin und her, Freiburg war nicht die schlechtere Mannschaft, was ich so in der Konferenz gesehen habe. Und das Ding Ende 2-2. Schön ist doch von Günther muss man sagen. Hat er gut gemacht. Hey, kann mich nicht mehr erinnern. Du musst mir immer auf die... Der kam über außen, hat Alaba überlaufen und dann schön ins lange Eck geschossen. Okay. Da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Allgemein, die ersten vier Spiele kann ich nicht erinnern. Das fünfte, was wir gleich auf dem Zettel haben, blau ging rot. Dann kann ich mich erinnern. Also ich kann verstehen, warum du das vierte Spiel nicht... Ja, okay. Da war auch nicht so viel zu sehen in der Konferenz. Schlimm. Ja, in der Konferenz war das Bayern-Spiel auch nicht so wirklich präsent, oder? Nö, nur als Lewandowski. Außerdem war relativ schnell Lewandowski mit seinem viertesten Tor und dann war das Interesse auch mehr oder weniger weg aus dem Spiel. War halt ein munterer Sommerkick, muss man einfach sagen. Dann ganz raffiniert beim Einstellen des Rekords das T-Shirt gelüftet. Ja. Aber nicht über den Kopf gezogen. Genau, das hat der Gäste gekriegt, dann wäre er im letzten Spiel gesperrt. Genau. Tod Clefrad, ja. Total. Ja, ja, gibt es für den Spiel noch irgendwie groß was zu erzählen? Gute Leistung von Freiburg, ne? Was war im Tor? Nübel stand im Tor bei Bayern. Ah ja, ja, super. Hat dann wieder zwei kassiert und jetzt hat er seine Schuldigkeit getan. Jetzt kann man wie sagen, okay, wenn wir zur Null spielen wollen, braucht man den Manu. Habe ich nicht gehört, dass das Nübel verliehen werden soll oder und man holt Giekewitz oder was hat man gesagt? Irgendwann? Ortega. Genau, Ortega habe ich gehört. Ja, ich habe irgendwann gehört, dass das Nübel verliehen werden soll mit Kaufoptionen oder irgendwie sowas. Ja, ja. Und Dortmund will ja kurbeln. Ja, da habe ich aber noch ein Wörtchen mitzureden. Das habe ich so nicht gescoutet, Leute. Findest du kurbeln nicht so gut? Doch. Ist okay. Aber ich will was anderes. Ich will nicht schon wieder einen verdammten Schweizer. Ich habe irgendwie einen schlechten Geschmack im Mund, wenn ich daran denke. Und das ist nicht Schokolade, eher Käsefondue. Ja, Berlin, Köln, ganz schnell. Jeb, fandst du geil? Ich hätte es besser gefunden, hätte Köln gewonnen. Und Köln war auch nicht die schlechtere Mannschaft, oder? Nee, Köln war die bessere von zwei Schlechten. Aber Funkel muss ja irgendwie gesagt haben, ja, wir spielen hier erstmal die Null halten. Weil theoretisch hätten sie ja volles Risiko gehen können. Ja gut, aber Funkel und volles Risiko und Offensiv-Fußball. Irgendwann passt nicht. Naja, ich habe von Kölnern halt gehört, sie es als vercoacht ansehen, weil du hättest nichts verloren, hättest du das Spiel verloren. Also die Tabellensituation wäre die gleiche gewesen, ob du jetzt mit 29 Punkten in den letzten Tag reingehst oder jetzt mit den 30. Und da sehen halt viele eine verschenkte Chance, dass sie da halt nicht wirklich auf Offensive gegangen sind und irgendwie, wenn wir das Tor fressen, scheißegal, aber gewinnen wäre wichtig gewesen. Ja, aber wenn du eine Truppe hast, die offensiv eigentlich nichts kann, Naja, Andersen hat wieder gespielt, oder? Ja, und dann lohnt es sich ja auch, defensiv stark zu stehen und gucken, ob vorne irgendwie was geht, vielleicht auch ein Standard oder irgendwie sowas. Ich kann das schon nachvollziehen. Wie viele Punkte haben sie jetzt unter Funkel geholt? Nicht so wenig. Also, alles macht er anscheinend nicht falsch. Aber ob es reicht, wird man sehen. Wir haben ja gesagt, die Entlassung kommt zu spät von Gistul. Ja, ja. Nur eine Mannschaft hat die Entlassung am perfekten Spieltag durchgeführt. Da kommen wir gleich noch zu. Genau. Ich muss ehrlich sagen, wenn dem so stimmt, dass Köln mit einem Punkt zufrieden ist in Berlin, dann finde ich diese Einstellung fatal. Jetzt nur darauf zu glauben und zu sagen, okay, letztes Spiel haben wir zu Hause gegen Schalke, das gewinnen wir. Das kann halt auch nach hinten losgehen. Auch da zu kommen wir gleich noch. An dem Spieltag auch selbst hättest du ja übel kommen können. Lass Bielefeld mal gewinnen. Ja, aber du wirst gegen Gelsenkirchen gewinnen. Jeder gewinnt gegen Gelsenkirchen. Jeder. Also ich finde es fatal, auf das letzte Spiel so zu hoffen. Aus Kölner Sicht. Hatten wir jetzt, scheiß mir doch einer mal ins Hieren, hatten wir nicht genau so einen Moment, letzte Saison oder vorletzte Saison, wo wir, da müsste nicht, wen haben wir denn da, da haben wir doch auch einen Verein am vorletzten Spieltag oder am vorvorletzten Spieltag, haben wir doch gesagt, kannst du aber auch nicht machen, dass du da, und das hat dann tatsächlich geklappt. Echt, ich kann mich jetzt irren. Im Zweifel Bremen, die auf einmal 6-2 gegen Köln gewonnen haben. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo haben wir auch einen Mann. Kann sein, denn ist Tadelschers Düsseldorf abgestiegen, oder? Mhm. Kann sein. Irgendwas haben wir kritisiert und es ging dann tatsächlich gut. Aber das konnte man ja auch nicht rechnen, dass Bremen auf einmal so aufdreht. Oder dass sich Horn im Tor von Köln sagt, schießt mal rauf, das ist auch was runter. Ja. Also, Köln gegen Gelsenkirchen, das Spiel am 34. Spieltag, wo man definitiv dann alles auf Horst sagt und das gewinnen wir, weil, wie erwähnt, jeder gewinnt gegen Gelsenkirchen, außer, Jepp! Offenheim. Offenheim. Und Augsburg. Oh, und? Oh, Moment. Und Frankfurt. Was ist denn da los gewesen? Ja, das war ein Abschiedsgeschenk. Das war... Das ist nett. Eine jahrelange Gastfreundschaft, dachten wir uns, ja, komm. Das ist fair. Euer letztes Spiel in der Bundesliga. Ihr kriegt von uns nochmal drei Punkte geschenkt. Das ist fair. Ich sage euch, der Mastermind, das Böse der Bundesliga, hat all das vor Monaten ins Laufen, ins Rollen gebracht. Joachim Watzke. Ein Mastermind. Mal schließe den Kreis. Der hat... Er ist Rose geholt. Da war Gladbach dann schon mal raus aus der Nummer. So. Er wusste genau, dass Gladbach dann, äh, Adi holen wird. Und seitdem läuft es bei der Eintracht nicht mehr. Zack. Auch einkassiert. Und dann, ähm, hat er... Was hat er mit Gelsenkirchen gemacht? Komm, irgendwas fällt mir da bestimmt auch noch was ein. Ähm, äh... Bei Gelsenkirchen hat er noch länger schon vorher geplant. Das war andere. Er hat Klopp dazu verleitet, Wagener zu seinem Trauzeugen zu machen. Ah ja, aber... Um es denn, um dann 15 Jahre später dafür zu sorgen, dass, äh, Gelsenkirchen absteigt. Der Heidel haben wir auch noch installiert da. Ja, Heidel kam auch noch. Der Aki hat alles geregelt. Und ihr habt es nicht mal mitbekommen. Ha! Ähm, Spaß beiseite. Ja, Heidel macht doch wieder gute Arbeit jetzt. Ja, klar. Den geht es auch wieder gut. Der sieht gut aus. Der sieht gesund aus. Der habe ich letztens irgendwo da in irgendeiner Expertenrunde gesehen. Oder, ne, im Interview. Er spielt doch klar. Und dann meinte er auch, das war so geil, wo er da sitzt und meint so, ja, war ja ein sehr erfolgreiches halbes Jahr. Und ich dachte mir so, meint der jetzt das halbe Jahr bei Mainz? Oder irgendein halbes Jahr bei Gelsenkirchen vorher, wo er schon alles in die richtige Bahn gelenkt hat? Naja, er meint meins. Vielleicht, Heidel scheint halt so ein Typ zu sein, der halt nur bei manchen Vereinen passt. Ja, so wie Schreich. Möchte ich da jetzt auch nicht irgendwo anders sehen als in Freiburg. Und, ja, ja, ja. Ja, das hatten wir vorhin doch auch schon bei Petersen. Ja, ja. Da geht es ja noch weiter. Den kannst du ja auch als Joker bringen. Den passt halt in der Joker-Rolle wunderbar. Ah, Gelsenkirchen Frankfurt. In Freiburg, also da funktioniert er. Ja, Gelsenkirchen Frankfurt. Die Gelsenkirchener helfen mit, dass der BVB gar nicht mehr großartig zittern muss. Ja, stehen die euch nicht dafür? Nein, warum? Die Gelsenkirchen als Dortmunder will man doch eigentlich auch nicht haben. Das hätte auch so geklappt. Guck dir doch mal an, was in den letzten Wochen, was die Dortmunder für den Fußball spielen. Ja, das hätte ich auch nicht bezweifelt. Also meine Hoffnung war ja schon die ganze Zeit, dass man Wolfsburg einfängt. Aber das hat auch nicht geklappt. Ich hätte ja gar nicht mehr... Gut, da kommen wir ja gleich noch zu. Also erstmal Gelsenkirchen Frankfurt. Ja, ich glaube, ich würde jetzt das, was ich in der Konferenz gesehen habe, würde ich jetzt einen Haken drunter machen und sogar sagen, nicht unverdient. Nö, wenn man halt selbst gegen Schalke denkt, verteidigen müssen wir nicht, dann schafft es selbst, Schalke Tore zu schießen. Wobei, in der Saison haben sie es auch schon geschafft, die Chancen, die sie gegen die Eintracht hatten, gegen andere Gegner zu verballern. Aber in dem Spiel haben sie es halt geschafft und haben ihre Torschancen dann genutzt. Aber die Abwehrleistung, gerade beim dritten und vierten Tor, also diese zehn Minuten zwischen der 54. und 64. Minute, war so, ach ja, ihr könnt hier mal mit vier Mann gegen drei laufen, ihr dürft mal mit vier Mann gegen einen laufen. Ach, wollt ihr auch noch mal allein aufs Tor zu laufen? Macht einfach mal. Also das war da irgendwie aus irgendeinem Grund Arbeitsverweigerung und eigentlich unerklärlich. Wenn man sich die ganze Zeit hinstellt und sagt, ja, wir wollen noch die Chance auf die Champions League. Das hat man in dem Spiel nicht gesehen, ist da irgendwie die Eintracht nur einen Hauch von Interesse an der Champions League hatte. Wer wird neuer Trainer? Neuer Trainer. Gerüchte gibt es viele. Wer wird es denn? Hau doch mal raus jetzt. Oder mach mal so. Erst sagst du, wen du gerne hättest und dann sagst du, wer es denn wird. Ich soll sagen, wer es wird. Das wird schwierig. Also wenn man hier der Bild-Zeitung und Co. glauben kann, ist Terzic auf Nummer 1 gesetzt als Nachfolger von Hütter. Was ich recht charmant fände, wäre dieser Sioane oder wie er heißt, Ausbären. Ich glaube, das wäre eine ganz nette Lösung. Okay. Paffi, wer wird es? Du kriegst die 60 Euro vom Jepp zurück. Da müsste Jepp ja wetten wollen. Ich weiß, dass es der Serrano nicht wird. Weil ich denke, der geht nach Leverkusen. Nach Leverkusen? Hallo. Weil die suchen ja auch. Wolf ist ja nur befristet da. Ich habe gehört, Wolf wollen sie einen Vertrag geben. Ehrlich? Ehrlich? Aber Gerücht gehört. Gerücht gehört. Also ich denke, wie gesagt, mein Tipp ist, dass Sioane nach Leverkusen geht. Bei Frankfurt fällt es mir wirklich schwer. Klar, diese Terzic-Gerücht kommt jetzt hoch. Ich würde die Nummer charmant finden. Aber ich traue Frankfurt auch mit Krösche zu, jemanden anders hinzusetzen, an den wir jetzt mir gar nicht denken, der auch noch nicht in der Diskussion ist. Also Terzic würde ich schon charmant finden, die Lösung. Weil ich finde, wir hatten ja vorhin geschrieben, ich finde, Terzic hat es ja schon irgendwie verdient, jetzt woanders Cheftrainer zu sein. Ist das so? Finde ich, ja. Ich bin ja total am Schwanken. Auf der einen Seite überlege ich die ganze Zeit, dank Terzic, oder, ja, trotz ist es jetzt auch, wir sind ja nicht bei Löw, aber ist Terzic jetzt der einzige Grund, warum, machen wir mal so, er hat es anscheinend geschafft, Aki hat das ja nach dem DFB-Pokal auch irgendwann mal wieder mal mit so einem Seitenhieb Richtung Favre noch mal erwähnt, hat eine Mannschaft, oder hat das geschafft, eine Mannschaft, die im Februar schon gefühlt tot war, Dezember schon? Im Dezember schon? Im Dezember hat er tatsächlich gekommen, oder? Bin mir nicht sicher, zu übernehmen und der Mannschaft wieder Leben zu geben. Jetzt ist die Frage, wenn das seine einzige Kernkompetenz ist und die Spieler einfach nur, oder einige Spieler einfach nur wieder zurück zur Form gefunden haben, es ist jetzt wirklich eine Nummer, um jetzt einen etablierten Bundesligisten schon zu coachen, ich gucke es mir gerne an, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das jetzt gerade ein bisschen too much hype ist und er als Co-Trainer eigentlich schon eigentlich gut aufgehoben ist. Das war wieder die Frage, das hat Jeb vorhin in WhatsApp geschrieben, wenn auch ein bisschen drastischer als ich es dachte, klappt das mit Rose und der seinen eigenen Co mitbringt und Terzic dann auch noch, ist die Mannschaft nicht emotional jetzt zu nah an Terzic, kann das dann passieren, sobald da irgendeiner muckrig ist, dass der dann sagt, irgendwie, wir haben da so ein paar Spieler, die durchaus mal meinen aufzumüpfen und dass man dann sagt, ja, aber hier, mit Terzic hat das doch geklappt, ich weiß nicht, ob das so eine Grundlage ist, um Rose einen sauberen, anständigen Einstieg zu gewährleisten. Ja, Einstieg eventuell schon, das Problem wird halt sein, der braucht nur mal zwei Spiele verlieren und dann werden die ersten Stimmen gleich laut. Ja, also die Überlegung ist natürlich, also ist schon schwer, Terzic im Trainerstab von Rose unterzubringen, weil du, ja, der Feind in meinem Trainerstab unter oben steht und du willst, das willst du natürlich nicht, also das wären jetzt schon schwere Anfangsbedingungen für Rose, wenn es halt nicht gleich funktioniert. Das ist mir zu drastisch hier. Was nicht, nee, was nicht ausgeschlossen ist, weil, das ist mir aber zu drastisch. Wir sind uns ja einig, der Kader von Dortmund ist, nicht unbedingt so aufgestellt, wie Rose es wahrscheinlich gern hätte. Das kommt noch dazu. Das heißt, es kann durchaus sein, dass er zum Anfang ein bisschen stotterig ist, oder? Und dann ist das schon problematisch, wenn du da, wenn du da in deinem Trainerstab jemanden hast, der zumindest, also der es irgendwie bewiesen hat, dass dieser Kader mit den Leuten, die da ist, schon, schon was erreichen kann. Und ich bin bei dir, um Terzic eingehend zu beurteilen, was für ein Trainer er ist, reicht natürlich dieses halbe Jahr, wo er jetzt war nicht. Also wir können uns darauf einigen, auf die Aussage, er hat den Kader, der halt nicht funktioniert hatte unter Fabre, wieder auf das Leistungsniveau gebracht, was halt dem Kader entspricht. Er hat sie aber jetzt nicht wirklich signifikant besser gemacht. So ist es. Das ist die Frage. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich denke auch, da kann man nach sechs Monaten noch schwer beurteilen, gerade unter den Bedingungen, die wir jetzt haben. Er hat es halt geschafft, diesen Kader wieder an das Leistungsniveau zu bringen, das dieser Kader einfach hat. Und er hat es halt gut gemanagt in den englischen Wochen und so weiter, dass das halt alles irgendwie funktioniert hat und dass auch keiner da quer geschossen ist. Das hat er gut gemacht. Ja, er konnte auch kaum einer quer schießen, weil sie sich dann, oder die Spieler, die hätten quer schießen können, die Gewichtung haben, sich dann ins eigene Fleisch geschnitten hätten. Was er natürlich geschafft hat, ist, finde ich, Motorhut. Mehrere Chancen gegeben. Den hat er hinbekommen. Den hat er hinbekommen. Ich glaube, ich weiß nicht, bei Reus weiß ich nicht, ob es jetzt einfach, normalerweise war Reus immer, wenn er verletzt war, kam dann wieder, war der relativ schnell dann auch wieder auf seinem Leistungsniveau. Vielleicht war es jetzt einfach so bei Reus. Gefällt den Spieler ein, den er besser gemacht hat. Also besser, sondern oder konstanter gemacht hat. Erstmal. Ich finde, der hat Bellingham konstanter gemacht. Das wäre, glaube ich, auch so passiert. Er kann sie, würde ich noch durchgehen lassen. Gut, ja. Also Bellingham hat das Gefühl, Bellingham hat ja immer wieder gezeigt, was in dem jungen Kerl einfach drinsteckt. Aber er hat halt diese normalen Schwankungen in dem Alter. Und da ist er halt wesentlich konstanter geworden. Und das ist vielleicht schon ein Verdienst von Terzinski. Er hat ihn halt durchgehend spielen lassen. Musste. Er hat irgendwann mal teilweise gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt. Ich glaube, bei Bellingham ist es, wäre die Entwicklung so oder so, ja, ganz schwer zu sagen. Aber zu so einer Saison gehört halt mehr dazu. Es gehört auch ein bisschen Kaderplanung dazu. Im Optimalfall. Es gehört auch eine Saisonvorbereitung dazu und auch eine taktische Handschrift. Ein bisschen taktische Handschrift sehe ich. Ich weiß, was er vorhat. Aber es ist auch viel einfaches Stück. Es ist viel Basics, die er der Mannschaft wieder gegeben hat. Es ist jetzt nicht so, dass die dann irgendein, ich weiß nicht, auch Vertrauen, Stimmung, Leichtigkeit. Sancho ist dann zurückgekommen. Das tat auch gut. Schwer zu sagen. Aber ich möchte ihn gerne irgendwo anders sehen. Ja. Ob es jetzt in Frankfurt sein muss, keine Ahnung. Aber er nimmt Monnier mit. Ja, das haben wir im WhatsApp nämlich schon ausgehandelt. Haben wir das? Ja, Monnier geht auch zu Eintracht. Also B. Terzic dann zu Leverkusen. Ich habe ihn ja noch angepriesen und gesagt, öfter mal in dieser Saison Spieler des Spiels geworden. Diverse. Besser Vorlagen, die wir im Dortmunder Kader haben. Besser nicht, aber diverse Vorlagen und Vorvorlagen. Ich habe aber nicht erwähnt, dass das alles immer nur für die Gegnerseite war. Ist egal, ist verkauft. Frankfurt hat zugeschlagen und jetzt läuft das. Ähm, ja, Augsburg-Bremen. Wir machen gleich noch ein bisschen über den DEP-Pokal, Dormund, aber wir machen erst mal Augsburg-Bremen. Ja, blöd gelaufen, ne? Und eine katastrophale Leistung von Bremen, also bis zum 2 zu 0, kam der ja gefühlt gar nicht. Obwohl die ja sogar ziemlich lange in Überzahl waren wegen dieser komplett dämlichen roten Karte von Vargas, die so gar nicht sein musste, aber Bremen können sie von 0 ausnutzen. Die aber total berechtigt war? Ja, natürlich. Komplette dumme Situation, aber ganz klar, der Ball war 30 Kilometer weg und der tritt dem Gegner da gegen das Bein, also, klare Tätlichkeit. war warum er das macht, aber er hat ihn komplett passend. Nee, er hat ihn nicht getroffen, aber der Versuch reicht ja schon. Ja, ja. Also, egal ob er ihn da trifft oder nicht, Bewegung war klar, also, was er machen wollte, war ich kriegst auch was da. Ich hab übrigens in meiner Karriere auch hinauf für so eine Aktion und auch schon mal rot gekriegt. Ist das so? Ja, hat ich. Aber beim Synchronschwimmen. Der Gegenspieler hat mich genervt und hab mir gedacht, so, jetzt kriegst du Schmerz. Ja. Schiedsrichter hat's gesehen, durfte dann geduschen gehen. Völlig zurecht. Jetzt kommt der Funfact, ihr lieben Leute da draußen, der Paffi hat nie Fußball gespielt, sondern Synchronschwimmen gemacht. Das heißt, das musst du auch jetzt noch hinbekommen. Rot beim Synchronschwimmen. Sehr gut. Nein, natürlich meint der Fußball. Ja, Augsburg, Bremen, Bremen. Netter Ansatz, wenn Fabi anfängt, nach dem Motto, grauenhaft, was Bremen spielt, kannst du jetzt aber nicht nur auf dieses Spiel münzen. Nein, die ganzen neuen Spiele haben wir jetzt in Folge verloren oder so. Ja. Kannst du auf alle draufsetzen. Also nicht gewonnen. Verloren haben sie nicht neuen in Folge, glaube ich. Ja, vielleicht waren wir auch neunischen dazwischen, aber es war mehr schlecht als recht, was sie auf den Platz gebracht haben. Gar nix, gar nix. Die hauen so krass, hauen sie alles raus, um wirklich abzusteigen. Ja. Das ist schon hart bei Eindrucken. Die Gelb-Rote waren groß und waren auch komplett dumm. Also brauchen wir auch nicht drüber reden, waren auch nur ganz klar Gelb-Rote. Der, 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 hier der Große oder wie der heißt, der hat ja sowieso einer in der Pfanne. Der ist ja auch eigentlich nur ein Spieler gedacht für die zweite Mannschaft bei Bremen. Wie Marc Frede und auf einmal spielt er Bundesliga. Ja, die da. Ja, wir wollen auch nicht verheimlichen, dass Bremen auch die Saison immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. aber. Ja, aber dieser Kader ist halt auch einfach nicht gut. Also da hätten sie im Sommer halt echt mal tätig werden müssen und halt vielleicht nicht einen Säger ausleihen, den du dann für 15 Millionen verpflichten musst. Aber du bist, willst du mit fahren in Bremen? Mit Sprotten oder was? Ja, du bist finanziell, bist du in Bremen richtig am Arsch. Da habe ich jetzt vor ein paar Tagen sogar noch gelesen, wie kritisch das da alles ist. Also, wenn du im Gespräch, ne? Ja, gut, kriegst du jetzt sowieso nicht hin. Ähm, aber irgendwie sind da wieder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Anleihen, die sie machen wollen und ja, verkaufen müssen sowieso. Nur, nach der Saison hast du halt nicht so viel, hallo, Gelsenkirchen, Tafelsilber, was du jetzt an den Manteln bringen kannst. Ja, Pavlenka wirst du wahrscheinlich wegbekommen. Ja, aber der wird jetzt auch nicht die Riesensumme ziehen. Der bringt ja aber keine Unsumme ein. Nee. Das war jetzt mal ein paar Kalt. Hast du jetzt da alles dafür getan, dass da billig wird? Ich habe keine Ahnung, was ihr beide jetzt geredet habt, weil beide gleichzeitig geht bei mir und mir nicht. Rashica und Jepp hat da gesagt. Ja, Rashica, das ist ja derjenige, den sie schon zweimal hätten verkaufen können. Ja. Ja, aber der wird nicht mehr für die Verträge weggehen. Okay, wollte ich mich jetzt verarschen oder so, Fabi? Ich habe genau dasselbe gedacht. Jepp sieht super an und dann Fabi aus der Deckung und so ab. Nee, Jepp. Also Rashica, für diese 30, 35 Millionen, die sie eins wollten, würde ich jetzt nicht mehr bezahlen. Nee. 10 bis 15, würde ich noch sagen. Ich meine, klar, du hast Eggestein, den du noch für 55 Millionen... Aber nur auf Dortmund. Running Gag wird niemals untergehen. Ja, was hast du? Bittenkurt kannst du vielleicht noch, wenn du willst, irgendwie für 6, 7 Millionen, wenn du einen blöden findest? Ja, aber die müssen dann halt doch schon mit deinem Seilke reinvestieren. Na, dafür müssen sie in der Liga bleiben. Wenn du absteigst, brauchst du für das Seilke kein Geld zahlen. Ja, wenn sie absteigen. Das Beste, was dir passieren kann. Ja, irgendwie schon. Ja, ganz schwierig. Finanziell schwierig. Kohfeldt, man schwankt so zwischen, ich glaube, Ende der letzten Saison haben wir gesagt, ist doch schön, dass so ein Verein auch mal am Trainer festhält. Ich glaube, das waren jetzt aber auch irgendwie, wie viele Jahre war der jetzt in Bremen? Ja. 1, 2, 3, müsste 4. Jahr gewesen sein? Ja, kann sein. Irgendwas mit über 1000 Tagen im Amt gewesen. Aber, sorry, das sieht man doch schon während der Saison, dass das nicht häufig besser war, als das, was sie letzte Saison gespielt haben. Und das war schon schlecht. Na ja, Baumann hat sich ja hingestellt und hat gemeint, sie müssen erst mal die Insolvenz abwenden. Was natürlich auch eine tolle Aussage ist für den Bundesligisten, wenn eigentlich dein letztes Ziel ist, die Insolvenz abzuwenden. Und mit Kohfeldt ist er da, wird ja behauptet, sie wollten ihm das Halbfinale im DFB-Pokal aus Verbundenheit schenken, damit er das halt noch machen darf. Aber im Prinzip hätte er ja schon längst weg gemusst. Also jetzt noch einen Trainer wechselt, das ist einfach nur lächerlich. Paffi, gewinnst du da, was du da spielst, oder? Ich spiele nicht. Irgendwas reibt bei dir. Gar nichts. Jetzt nicht mehr, aber gerade so, als würde einer mit mir... Ich würde auf einem Stuhl hin und her gerutscht. Ja. Ich finde komisch. Bist du nervös? Willst du was sagen? Willst du was sagen, Paffi? Ja, zu Kohfeldt, also der Zeitpunkt, dass man sich jetzt von ihm getrennt hat, finde ich, ist ein Witz. Man hätte es halt früher machen müssen. Aber ich glaube auch, dass die Personen da auch so ein bisschen die Hände gebunden sind, weil man hat ja auch kein Geld, um jemanden neu zu holen. Ja gut, aber jetzt haben wir Schaaf genommen, der eh da war. Ja gut, aber Schaaf war ja auch schon vor dem Pokalspiel. Für ein Mettbrötchen oder so. Ja, aber die Option hätte es ja jetzt auch schon am 30. Spieltag gehabt. die hätte es schon früher gehabt. Ich verstehe es nicht ganz. Also das letzte Spiel hätte ich ihm dann jetzt auch. Dann hätte ich gesagt, scheiß auf, dann gehen wir jetzt alle oder keiner. Fertig. Und dann hätte ich immer noch neu. Aber Lurik, ich weiß nicht, was sie in der zweiten Mannschaft unter der Ruh 19 für Trainer rumlaufen haben, aber die kann man eh nichts Schwierig. Aber nach dem 33. Spieltag erhoffst du dir dann, gegen wen spielen die am 34? Gegen Gladbach daheim. Ja, viel Spaß. Na gut, die wollen ja eh nicht mehr. Das ist die Frage, ob die nicht wollen. Könnte klappen. Nee, nicht mal ein Punkt wäre für Gladbach gesund. Weil wenn Union verliert und Gladbach spielt unentschieden, bist du auf einmal auf sieben und spielst diesen Kirmes Cup. Ja, die Frage ist, wenn Stuttgart gewinnt, dann ist Stuttgart mit 48 vorbei. Ja, aber witzig, ja, wir machen gleich eine Vorschau zum 34. gehen wir da mal durch. Und dann werden wir auch natürlich wissen, wer bei euch abschleicht und wer nicht. Bielefeld-Hoffenheim, 1-1. Schade. Weil, war mehr drin. Ich denke ja. Wenn du so blöde, also erstmal, beim Freistoßtor gab es im Dortmund-Forum irgendeine Person, die kannte ich nicht vom Namen mehr, die meinte, naja, sieht mir schon aus, als würde der Torwart da gar nicht erst hingehen wollen. Wo ich denke, okay, klar, das war ja Ersatzgeber bei Hoffenheim, glaube ich. Pentke. Letztes noch gegen Kassel gespielt und der ist Bundesliga. hatte der aber dann hinterher das Ding von, war es Vogelsommer oder war es, keine Ahnung, mit dem Arsch noch pariert hat. Hör auf zum Bellen, sonst kommst du ins Tierheim. So. Noch rausgehauen, das ignorieren wir erstmal, aber wenn Freistoß, ich habe den, ich glaube, die haben ja gerade da rüber geschaltet und der Freistoß wurde ausgeführt. Das war, glaube ich, live in der Konferenz. Ich hätte nicht gewusst, wer den halten soll. Ist schwer, den sieht der nicht. Der kommt halt so über die Mauer oder aufscheltern. Das war echt geiler Freistoß. Also, glaube, den hältst du nur, wenn du als Torwart wirklich spekulierst und in die Ecke marschierst. Ja. Siehst dann aber blöd aus, wenn er ins Torwart-Eck geht. Ja, klar. Ja. Dann kommen auch wieder die Leute und sagen, naja, was springt der da auch hin? Ernsthaft, der war schon echt nicht schlecht geschossen und danach gab es ja nochmal eine Riesenchance, als ein Hoffenheimer, glaube ich, zurückköpfen wollte zum Torhüter und der Bielefelder da plötzlich mit dem Ball alleine vom Hoffenheim-Keeper auftauchte und ich dachte mir so, mein Gott, ey, das musst du eiskalt nutzen. Aber Ortega hat aber auch noch starke Paraden im Spiel. Immer, immer. Der hat auch wieder geglänzt. Ja. Und Kramaric hat einen Vereinsrekord eingestellt von Ibizovic. Ja. Und wir werden gleich im Anschluss dann darüber sprechen, reicht das für die Arminia, wenn wir den 34. Spieltag bequatschen. Aber andere Sache, wechselt Kramaric im Sommer, jetzt will er nochmal international spielen. Wohin will er denn? Union? England vielleicht? Ach so. Weiß ich nicht. War er jetzt in England so gut geklappt hat mit ihm? Ja, weil der ist jetzt im besten Alter, hat jetzt über 2-3 Jahre bewiesen, dass er es drauf hat. Ich glaube, der hat gesagt, er will nochmal international spielen. Für mich einer. Auch Italien. Aber das ist denn Liga intern für mich einer, der nach Leverkusen passen würde. Zum Beispiel. Oder Moment, der endet mit Itch. War das mit Frankfurt? Aber die brauchen einen. Ich frage, ob der bezahlbar ist für Frankfurt. Wir haben doch bald wieder Kohle. Ja, so weit ist es ja nicht. Also, zu Kramaric habe ich ein Inter-Gerücht geholt. Ein Inter? Ja, weil die sind ein bisschen ausverkauft, weil die krass im Minus sind. italienische Teams halt. Ich weiß nicht, Kramaric kann ich dir nicht so sagen, aber ich könnte mir bei Leverkusen vorstellen. Passt das? Ja. Sogar mit Schick zusammen. Dann müsst ihr Alario abgeben, ja. Ach, bedauerlich. Oder spürt jetzt Kramaric und Alario. Keine Ahnung. Könnte ich mir aber nichts so sagen. Machen wir weiter mit dem DEP-Pokalsieger in diesem Jahr. 1-0-5 mit Bruce Wenzel. Die traten gegen Mainz 0-5 an und unter der Woche am Donnerstag Yay! Leipzig geschlagen. So sieht es euch. Gerne geschehen. Gerne geschehen. War wichtig und war natürlich auch hochverdient der DEP-Pokalsieger. War ein gutes Spiel. Konnte man sich angucken. Auch bei dem 3-0 kurz nach der Halbzeit habe ich nicht gedacht. Ja. Doch ist richtig. Habe ich nicht gedacht. Ja, das ist durch. Ähm. Ich hatte durchaus noch noch meine Bedenken. Doch war 3-0 Halbzeitstand, ne? Doch. So ist richtig. Ja, ja. Und ja, dann kommt Erby raus und trifft direkt glaube ich irgendwie den Pfosten und hinterher nochmal die Latte und ich denke mir so naja, läuft. aber ja, umso weiter das Spiel vorantrabte desto sicherer wurde ich mir dann auch und ich finde es dann auch schön wurde ein bisschen emotional ähm hab dann auch gemerkt ähm dass auch in in dieser Corona-Zeit die uns ja alle betrifft ähm und ich glaube Puffy und ich wir haben mal Puffy meinte irgendwann mal habt ihr nicht das Gefühl dass es momentan zu viel Fußball ist was man so präsentiert bekommt und ich gesagt hatte nee mir tut es gut denn äh es lenkt auch ein bisschen ab und äh jetzt gerade ja nach diesem DFB-Pokal-Ding nach dem Erreichen äh eines Champions-League-Platzes in der Bundesliga tat das schon der Moral äh dann auch echt mal wieder gut dass man auch mal über sportliche Sachen sich freuen kann da war ja nicht nicht so viel Freude bei der Borussia Dortmund-Saison wenn du jetzt aber am Ende des Tages schaust du hast ähm bist gegen den wahrscheinlich Champions-League-Sieger wir werden es ja noch sehen äh in der K.O.-Runde rausgeflogen hast dich gut präsentiert hast gut mitgespielt war was drin ähm du hast den DFB-Pokal geholt und wurdest am Ende dritter oder vierter müssen wir mal schauen dann war es tatsächlich toi 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 ergebnistechnisch eine gute Saison wenn du die Saison aber so betrachtet wie sie gelaufen ist hat das keinen Spaß gemacht selten Spaß gemacht nichtsdestotrotz nehme ich mit auch der 3-1-Sieg dann gegen Mainz ähm mit einem Elfmeter wo ich mir auch wieder dachte ich fand's gut ich glaub Terzic hat's glaube ich dann im Spiel äh nach dem Spiel angesprochen der gesagt hat ey die ganze Saison so 50-50 Situationen ich zwischen den Zeilen gelesen heißt das so Scheiß-Situationen die uns gefiffen werden äh wir selber bekommen die Pfiffe nicht andere Vereine kriegen sie in anderen Spielen auch jedes Mal und so weiter und so fort ah fand ich schön als er das angesprochen hat so seh ich das auch nicht alles aber äh schon einiges und dieser Elfer war wieder für mich das I-Tüpfelchen auf dem äh ich krieg keine Überleitung zum Kölner Keller hin äh aber etwa sorry aber so ein Elfer darf ich einfach nicht geben war aber dankbar denn ich hatte 3-1 getippt und ich glaube der gute Ham hat einen Blick geworfen in das Tippspiel und hat gesagt Gotti hier geht zwar nichts mehr eigentlich für dich aber damit du rechnerisch noch die Chance hast am letzten Spieltag doch noch das Tippspiel zu gewinnen wobei wäre er nicht am letzten Spieltag wäre er dann wenn überhaupt nach dem Euroleague-Finale ähm regel ich das für dich hat mir 3 Punkte gebracht aber ansonsten so ein Elfer sorry Leute darfst du nicht geben da gebe ich eher Stürmerfaul ihr dürft gerne was sagen ich habe die beiden Spiele nicht gesehen nur die Achso Abfassung jetzt mal Jaden ist gut drauf definitiv tut mir tut mir tut mir sehr weh wenn ihr mich fragen würdet einen musst du abgeben im Sommer Erling oder Jaden gegen entsprechendes Klimpergeld natürlich würde ich sagen ich gebe Erling ab aber ich möchte einen 5-Jahres-Vertrag für Jaden du würdest anders reagieren Puffy du würdest alle beide für zweieinhalb Jahre binden ich denke ich denke auch dass einer von beiden geht für mich hängt es einfach davon ab wie wie die Euro läuft und ob Jaden bei England spielt und überzeugt überzeugt wenn er nicht spielt bin ich mir nicht sicher ob der Hype so da ist einen Abnehmer für ihn zu finden dann wird Haaland gehen aber wo ich nicht weiß wer Haaland bezahlen soll weil Haaland ist ja meiner Meinung nach noch mal ein ganz Stück teurer als Städten keine Ahnung also ich denke einer von beiden wird schon irgendwie gehen und das Ziel kann nur England sein weil ich mir nicht vorstellen kann dass die angepriesene Mannschaft aus dem Süden da außer Paris jemanden von dem wem bezahlen kann also du kannst mir nicht vorstellen zuletzt habe ich gehört Manchester United und zwar vor der EM soll der Deal klar sein echt krass ja habe ich gehört ja ich sage immer noch im Sommer werden beide gehen aber ich lasse mich gerne überraschen nur wie gesagt wenn ich die Wahl hätte und jemand sagt einer muss gehen du hast aber die Wahl ich würde mich gegen Erling entscheiden und wen würdest du als Ersatz holen? das ist eine gute Frage du Penner wen würde ich denn als Ersatz im Sturm holen? also erstmal würde ich natürlich mit einem Auge Richtung Yusufa Mokoko gucken logisch ja aber natürlich nicht als als Stamm dann würde er nur ein zwei Jahre brauchen das ja definitiv aber er sorgte sein Spiel ich weiß nicht wen ich als Ersatz holen wollen würde kannst du ja Kramaritsch holen dann kann er nicht mehr gegen Dortmund treffen ja ich kann es echt nicht sagen aber es geht auch Eigentore ja habe ich mich nicht mit beschäftigt aber ist eine gute Frage ich habe nur jetzt schon wieder dieses Ikone Gerücht gehört und denke mir so nee den möchte ich eigentlich nicht ja also wenn also Stand jetzt wenn der Kader wir gehen jetzt davon ich sage jetzt einmal bei der Kader den Dortmund jetzt hat also keine Abgänge brauchst die Ikone nicht weil da ist für mich keine Position für ihn frei ja doch Jaden also ich sage dir Jaden wird auf jeden Fall weg sein okay wenn Jaden geht kann man drüber nachdenken ja aber ich will ihn nicht es gibt äh weitere Gerüchte die Lady auf die Insel habe ich jetzt heute gelesen Brand ist immer noch das Arsenal Gerücht ähm ja Toljan ist jetzt schon gepflichtet von Sasuolo dann äh Akanji weiß man auch nicht so genau der hat auch glaube ich nur noch ein Jahr oder zwei Jahre hat er noch ich glaube der hat noch zwei Jahre trotzdem muss man da auch mal überlegen und der liebäugelt ja auch schon mal mit der Premier League äh kann schon passieren dass da durchaus äh ein wenig was passiert das sind jetzt ja auch keine Spieler die jetzt hier 50 Millionen aufwärts bringen die Lady verkaufst die Lady verkaufst wahrscheinlich für 25 also vielleicht du hast ja für eine ähnliche Summe gekauft ähm wenn da jetzt du musst sie nicht verkaufen wenn da jetzt wirklich einer sagt ich will aber dann kann man da natürlich drüber reden Akanji bin ich auch schon eher so bei 20, 25 ähm mhm ähm was habe ich noch Jaden sage ich immer noch äh 70 aufwärts 80 90 bin ich eher aber wieder mit irgendwelchen blöden Prämien wahrscheinlich wen hatte ich nur noch gesagt Brand da kuriert es irgendwann mit 20 25 Millionen ähm muss man gucken keine Ahnung äh das kann schon passieren dass der Kader sich ordentlich verändern wird finde das äh vielleicht auch außer Jaden fände ich das gar nicht mal so schlecht weil ich glaube man muss Rose auch ein bisschen Kleingeld in die Hand geben damit er wenigstens so zwei, drei Spieler die nach seinem Konzept passen äh verpflichten kann mhm achso Bürki gibt es auch irgendet äh irgendwo soll er irgendwo hin nach Frankreich oder so ne du hast ja über Torwart welchen Torwart willst du denn haben ja ich bin ja immer noch bei Strakoscha oder hier diesen äh Dultraki da Dultraki den Polen ja den Namen da vergessen ja ja Kowalini finde ich Dragowski oder so Dragowski finde ich gut ja den nehme ich einen von den beiden aber gibt es ja auch das Kobelgerücht aber das ist mir das Geld nicht wert achso und dann hätte ich auch gerne tatsächlich Lacroix hättest du ja klar wenn der Akanzi abgibt ja gut dann ja für wieviel wieviel Schmadtgar 30 Millionen oder was hat er erzählt ja 25 30 oder irgendwie so wenn der Akanzi das was ich so im Kopf habe dann ist es ja mehr oder weniger ein Tausch dann hast du ja du musst ja ein bisschen wir zahlen Steuern in Dortmund ähm da ist du bezahlst ein bisschen drauf aber ich glaube das geht dann ja ja also der BVB gibt es aber Spannender Sommer wie wieder Spannender Sommer Spannender Sommer viele Vereine ja viele Vereine die uns ordentlich Futter bieten werden bin ich mir ziemlich sicher Trainergeschichten sind ja auch noch ein paar Positionen genannt ähm Leipzig ist nicht denn die haben ja schon den neuen Trainer überraschenderweise aus Salzburg Filialen intern kann man mal den Arbeitsplatz wechseln Glasner ist aber durchaus noch einer der ist nicht klar dass er bleibt genau der wollte kein Bekenntnis abgeben genau Leberkusen ist noch offen also wie gesagt ich bin immer noch ich glaube das immer noch so im Kopf dass Wolf nur noch ein Spiel hat und dann soll jemand Neues kommen ich glaube das ist noch offen Glasner Frankfurt gab es warte mal kurz ich muss das den Akku mal eben tauschen die hören euch gleich nicht mehr warte ihr dürft jetzt kurz Luft holen so wen die gerade Luft holen Dietmar Hopp ist Timo Werner so ja weiter geht's Hertha ist ja auch noch nicht 100% sicher ob Dada jetzt bleibt oder nicht ja ich denke schon ich fürchte auch also was heißt ich fürchte dann nimmt sich halt er bleibt aber bei Schäften dann kommen wir mal aus von mir aus dann nimmt sich ein Konkurrent halt nächste Saison selber aus dem Spiel ja tut mir leid nochmal ich finde den Typen menschlich nichts gegen Einzelnen der Granat dabei hat halt sein fußballerischer Ansatz ist halt einfach überschaubar nicht mehr zeitgemäß würde ich fast so das war ein Rückschritt wieder die haben jetzt so krass mit Möglichkeiten dann machen sie halt einen Trainer der nicht alles rausholen kann der keine Weiterentwicklung führen kann ja das haben wir seit Jahren bemängelt ja warum hört denn keiner von uns wir haben auch gesagt Gistel früher raus Herrlich früher raus ja hätten sie aber auch was gehört Augsburg hat sie jetzt nur noch über die Zielrinie schafft ja so Mainz Entschuldigung Mainz nicht nur der BVB hat natürlich in den letzten Wochen eine echt tolle Aufholjagd gestartet Mainz ist eh krank Mainz ist ja legendär Aufholjagd gab es noch nie noch nie von sieben Punkten seinerzeit oder ich weiß nicht ab wann es Bo Svensson da übernommen hat mit wie vielen Punkten aber das war trotzdem echt übel ich erinnere mich da war Mainz noch hinter Gelsenkirchen aber die Mainzer Spieler waren im Spiel gegen Dortmund jetzt nicht mehr nicht mehr ne die haben doch Samstag schon gefeiert die haben Samstag gefeiert mit den Fans das ne halt und da ist eventuell das ein oder andere alkoholische Getränk auch geflossen ganz ehrlich ist doch auch egal Mainz, Dortmund die sind sich nicht unsympathisch ich glaube nicht dass man da gesagt hat jetzt haut man nochmal voll rein die Spielunterbrechung in der Halbzeit die tat nicht ganz so gut in den BVB zweite Halbzeit wurde Mainz dann wirklich nochmal frech aber gut hier komm Leipzig wir warten mal auf der Uhr ja Leipzig gegen Wolfsburg das war tatsächlich ein gutes Spiel hab ich gesehen Wolfsburg mit zwei Toren von Millie also Maximilian Philipp erste Tor richtig stark hübsch anzusehen schöner Schuss wo der Kommentator meinte ja passt ja dann heute Sonntag also Sonntagschuss wo ich dachte nö finde ich jetzt nicht weil der hat wirklich eine gute Schusstechnik und den traue ich sowas dazu und vor allem kam er ja nun mal nicht komplett frei aber relativ Lücke war da also warum nicht und dann vor der Halbzeit machen sie dann noch ich glaube Baku glaube ich mit Reingabe und Millie zum zweiten korrekt ja irgendwie so und zweite Halbzeit hat Leipzig dann tatsächlich auch wenn es auch für die um nichts mehr ging wobei doch die Vizemeisterschaft wäre nochmal in Gefahr gewesen ja rechnerisch zumindest aber ansonsten nein ging eigentlich nichts mehr und trotzdem haben sie sich nochmal reingehauen und holen dann am Ende noch das 2-2 auch nicht absolut nicht unverdient Wolfsburg wirkte in der ersten Halbzeit strukturierter ein bisschen würde ich sagen wussten was sie vorhaben aber Leipzig zweite Halbzeit stark haben wir auch ein DFB-Pokal-Endspiel in den Knochen gehabt mussten da nicht so lange wach bleiben an dem Tag aber trotzdem ja ihr dürft kein Verwür ich habe die Tore gesehen und ich fand es überraschend ich hatte eigentlich gedacht nach dem 2-0 weil ich den gesehen hatte okay jetzt sagt sich Leipzig ach leckt mich uns am Arsch geht sowieso nicht weil Wolfsburg gewinnt er durch aber dann haben sie nochmal sich aufgebäumt zweite Halbzeit Leipzig aber trotzdem letzte Spiele waren alle nicht so dolle also immer nur eine Halbzeit oder so oder eine bestimmte Phase wo sie mal gut waren bestimmte Phasen normalerweise die Spiele die ich in den letzten Wochen von ihnen gesehen habe da starten sie gut Viertelstunde 20 Minuten wo sie richtig Gas geben und nach der Halbzeit nochmal so Viertelstunde 20 Minuten das gleiche Nummer dazwischen ist dann wird es immer weniger und teilweise noch ein bisschen Leerlauf drin das ist so das was ich so für mich beobachtet hatte in den letzten Wochen ja wollen wir den 34. Spieltag besprechen der letzte Spieltag Freunde vielleicht die allerletzte Aufnahme dann letzte Woche wo wir einen Spieltag besprechen oh mein Gott ich weine jetzt schon innerlich innerlich äußerlich alles so wie Julian Nagelsmann Bayern gegen Augsburg ich muss ich auch wobei ich überlege ob ich jetzt wirklich tippen soll oder denn ich muss eigentlich wild tippen ich meine jetzt ich muss ja 8 Punkte aufholen ja 8 Punkte gleichziehen bringt ja nichts ich muss 8 Punkte ne noch mehr ne ne doch ich muss 8 Punkte mehr machen als Robberie und zusätzlich muss dann muss ich warten bis ob Manny die Euroleague gewinnt nur dann glaube ich wenn ich nicht irgendwas vergessen habe ja ist natürlich Wunschraum kann passieren aber trotzdem ich muss relativ wild tippen Bayern Augsburg Augsburg ist gerettet ja Paffi mach mal 3-1 Bayern ok Jeb 5-1 ich hatte 5-0 gerade im Kopf aber 5-1 ist auch schön aber 1 auch so und Fabi 3-1 gut dann hätten wir Dortmund gegen Leverkusen wer will Fabi 2-2 2-2 oder 3-2 2-2 aber immer noch Jeb 4-3 hatte ich gerade auch mal den Kopf wäre ein lustiges Ding Paffi 3-1 auch das hatte ich im Kopf naja ich sag nicht was ich da verstehen aber das sind jetzt erstmal nicht die Spiele wo ich wild tippen will aber geht gleich los Hoffenheim gegen Berlin so das ist eine Nummer da geht eigentlich auch nichts mehr aber ich sag euch das wird ein heißer Ritt ich hab mein Ergebnis drin Paffi 1-1 Jeb 0-0 Fabi 1-0 boah ich hab was ganz krasses hoho äh äh macht das Sinn 3 Unterschiede ne komm wir machen machen wir oh 4 nein 12 ist zu viel Hertha macht keine 12 Tore in Hoffenheim äh Wolfsburg gegen Mainz so geht's da da geht's auch nichts mehr ne nö Wolfsburg ja dritte Platz würde Wolfsburg noch würde noch gehen Wolfsburg gegen Mainz äh hier Fabian 0-2 Bo Svensson vor 7 äh Jeb 3-0 äh Paffi 2-1 ja da kann ich jetzt auch nicht wild tippen glaube ich muss ich aber nochmal überlegen Frankfurt gegen Freiburg ja Druck ist weg ne man hat's verkackt easy easy tip für mich das wird ein 3er Paffi 1-2 oh ok Jeb ja Frage ist ob Freiburg in die Conference League möchte oder nicht nein möchten sie nicht möchten sie nicht dann 3-1 sehr gut easy 3er für uns Fabi 0-2 gut dann hätten wir noch Union gegen Leipzig das ist jetzt ein Spiel da könnte man oder und man muss bedenken wahrscheinlich mit 2000 Fans wahrscheinlich sogar vielleicht möglicherweise mit 2000 Fans da könnte ich mich aber jetzt wirklich dazu entschließen äh äh Paffi 0-2 ok du machst da nicht mit Jeb 2-2 Fabi 2-1 dann ändere ich meinen Tipp wenn Fabi das sagt dann geht das nicht dann haben wir Köln gegen Gelsenkirchen jetzt kommen wir in die wichtigen Duelle da hat mein Tipp drin läuft ich zähle nachher mal zusammen wie viele Tore an diesem Spieltag laut meinen Tipps fallen ok äh hier wer will denn Fabi ich sage 2-1 äh Jeb 2-0 Paffi 2-0 aber dann machen wir die anderen auch schon jetzt muss ich nämlich aufpassen dann weiß ich nämlich erst dann nein es ist noch kein kritischer gewesen ne fängt jetzt gerade an ja Hertha ist durch Leipzig Union ist durch Augsburg ist durch ja dann äh kommt jetzt Bremen gegen ja Bremen gegen Gladbach easy Tipp habe ich schon drin Paffi 1-1 Jeb 1-2 äh Fabi 0-2 ok das heißt Paffi hatte noch ein Unentschieden ne das reicht dann aber müssen wir auf doch müssen wir tatsächlich das letzte Spiel noch mit tippen erst dann wissen wir ob Paffi Bremen als Absteiger sieht was hattest du denn Köln getippt Paff das kommt doch jetzt Köln hat mir gerade schon 2-0 getippt ok Köln Sieg die werden an Bremen vorbei also geht es jetzt noch Bremen Relegation oder Direktabstieg Paffi Stuttgart gegen Bielefeld 1-1 und damit ja wäre Bremen bei dir abgestiegen korrekt direkt 17 ok ja ähm ich muss nachdenken also Fabi oder Jeb du kannst schon 2-0 Stuttgart und Fabian 1-0 Leitschick macht sorry Bielefeld da draußen aber hier der einfach Stuttgart zu abgekühlt dafür bei mir steigt der gerade ab liebe Bielefelder hm habe ich jetzt schon zu viel verraten was die Taktik angeht ich muss 8 Punkte aufrollen Freunde ja gut du hast ja du hast ja die anderen Spiele wild getippt und nicht die unten nee eigentlich habe ich ja ja was heißt wild du hast halt die entscheidenden Spiele für unten sind der Köln Schalke Bremen Gladbach und Bielefeld Stuttgart richtig und die hast du alle denke ich mal nicht wild getippt Bremen Gladbach könnte man als wild bezeichnen naja wenn bei dir Bielefeld absteigt dann wird Bremen wohl oder mindestens nicht verraten ja hat der Jep richtig erkannt und Köln bei mir holt Bremen auch einen Punkt ja aber Bielefeld holt bei mir vielleicht keinen ja so und da ist es tut mir auch leid weil ich merke ja gerade man könnte sagen Gottis Bielefeld Tipp ist Gesetz Tipp der Gotti auf Sieg Bielefeld Sieg Bielefeld und jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen schuldig hm egal ich lasse mich gerne überraschen ähm wer was wollt ihr denn wer direkt absteigt komm Fabi wer soll direkt absteigen wer hat es verdient jetzt nach der Leistung ja natürlich Bremen Jep wenn es nach der Leistung geht müsste ich Fabi recht geben aber ich bin immer noch bei Bielefeld weil irgendwie Köln oder Bremen oder am besten beide sollen in der Bundesliga bleiben ja wünsche ich mir auch Bielefeld aber von der Leistung her Bremen Paffi Bremen der Paffi sagt euch ganz klar ich wünsche mir auch Bremen weil ähm ich möchte nicht dass Bielefeld runter geht richtig Paffi ich will nicht dass Bielefeld runter geht ich finde ich weiß was mein Paffi denkt ja weil Bielefeld hat man muss sagen die Kämpfe aber die haben eigentlich eine richtig gute Saison gespielt unter dem voraus dass sie die Trainerentlassung nicht und ich finde diese Art zu spielen dieser Kampf muss belohnt werden und das ist für mich dass sie halt die Chance haben drin zu bleiben also Trainerentlassung verspielt drei Leute sagen gerade Bremen steigt als 17. direkt ab der Trend spricht dafür das Spiel spricht dafür the trend is your friend die anderen die anderen Spiele sprechen dafür also ich sag mal so Bremen wird nicht 15. werden ja es wird schwierig ja das geht einfach nicht also wenn wir es einordnen sollen hat Köln bei mir die besten Chancen nach 15 zu kommen weil sie den einfachsten Gegner hat also gegen Gelsenkirchen holt jeder mindestens einen Punkt und Bremen und Bielefeld schlagen sich um den Relegationsplatz und ich befürchte dass Bielefeld direkt runter geht und Bremen Relegation spielen darf aber aber ein Punkt gegen Gelsenkirchen ist halt für Köln zu wenig den machen wir auch nicht warum weil du sagst mindestens ja jede Krüppelmannschaft holt einen Punkt gegen Gelsenkirchen und wenn es wichtig ist machst du im Easy-Modus eigentlich auch drei wenn du es ernst meinst schießt die die normalerweise mit drei vier Toren ab solltest halt keine vier kassieren aber wer macht das also ich glaube in dieser Saison und ich weiß nicht ob es auch in der letzten Saison wann haben die das letzte Mal vier Tore in einem Spiel erzielt gegen Hoffenheim stimmt wo Hoffenheim irgendwie mit elf Verletzten irgendwie da rumpimmelt die erste Halbzeit noch richtig gut aber war stimmt und dann ja stimmt ja okay jetzt siehst du was ist los wir haben immerhin drei Tore geschossen ja also was willst du denn noch machen so alles gut haben wir noch was wollt ihr noch über irgendwas reden das gönnen wir uns dann vielleicht ein bisschen noch in der nächsten Folge beide Liga können wir nächste Woche besprechen wenn alles feststeht steht dann nur fest HSV aus verkackt mal wieder ärgerlich Entschuldigung war zu sarkastisch das sehen wir dann nächste Woche was willst du zum HSV doch noch sagen da können wir sehen wer endgültig hochkommt wer in die Relegation darf auch wenn es sehr wahrscheinlich ist dass Bochum hochkommt ja finde ich gut habe ich auch kein Problem mit mit Bochum gut das traurigste wäre wenn Bochum das jetzt noch verkackt in die Relegation kommt und dann die Relegation verkackt und wir kriegen Kiel und führt hoch also Kiel ist geil Kassel und Kiel hab auch nicht Kiel Kassel und Kiel ja Fanfreundschaft ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage die nächsten Jahre werden wir Kassel nicht als Erstliga Aufsteiger sehen nee aber Kiel Juti ihr Jungs hier und da draußen schreibt noch mal in die Kommentare welche deutschen Stürmer die ihr als Stürmer bezeichnen würdet wären EM-Kandidaten wir sind ja oder Niklas soll mal ins Torpol machen oder Niklas mir ist einer eingefallen Luca Waldschmidt gibt es ja auch noch übrigens fällt mir gerade ein Weigel zum Spieler der Saison bei Benfica gewählt ok hab gar nicht auf dem Schirm gehabt wie der sich da gemacht hat aber anscheinend nicht so schnell ich weiß ob Löw die Liga auf dem Schirm hat Löw hat einen Scheiß auf dem Schirm Löw hat jetzt erstmal Müller und Hummels wieder reaktiviert super Hummels auch ich hab jetzt von Hummels auch nicht gehört nee das haben sie jetzt irgendwie Sport1 hat es gemeldet jetzt hat es als Bildschlagzeile also oh mein Gott das kann ich gar nicht gebrauchen und Reus nicht zur EM ja guck aber wenigstens etwas ja alles Gärtchen Marco hat auf Instagram angekündigt nicht für eine Nominierung für den EM Kader ach so zur Verfügung zu stehen oh Reus will gar nicht das ist natürlich gut da draußen bis nächste Woche macht's gut genießt den 34. Spieltag alles Gute eurem Verein den ihr da den Daumen drückt die Daumen drückt und ja Bremen geht trotzdem für sie für Siekowski üssel euro assured die 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 Schei das ge